Heute ist Mittwoch, der 17. Juli 2024 und damit herzlich willkommen zu Jeden Tag ein Ü-Ei. Heute zur Wochenmitte habe ich ein Kinder-Joy-Ei der neuen Harry Potter-Kollektion für euch. Enthalten sein können Spielzeuge oder Figuren der neuen Harry Potter-Serie 2024. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Kinder-Joy-Ei des Tages hier bei unser Sammler-Team. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Stefan von Unser Sammler Team. Macht's gut, ihr Lieben. Bis morgen.